Andrea Berg, Bühnenunfall, damit ist nun Schluss. Es war wohl einer der schmerzhaftesten Momente auf der Bühne, die Schlagerkönigin Andrea Berg je erleben musste. Bei einem Konzert hatte die Sängerin einen Unfall mit der Bürotechnik, zog sich Brandverletzungen zu. Durch einen technischen Fehler wurde die heute 58-Jährige von einer Feuerfontaine getroffen, erlitt Verbrennungen 2. und 3. Grades. In der in der Erdugshow sprach die Sängerin nun über den Unfall und was ein Jägermeister damit zu tun gehabt haben könnte. Beziehungsweise, kein Jägermeister. Klingt nun etwas verwirrend, doch wir klären auf. So dürften die Fans von Andrea Berg wissen, die Sängerin trinkt vor jedem Konzert einen Jägermeister. Quasi ein Glücksschnäpschen. Andrea Berg über ihr Jägermeisterritual Vor dem Unglückskonzert jedoch verzichtete sie auf Betten ihres Regisseurs DJ Bobo auf den Kräuterlikör verzichtet. Hintergrund, Teil der Show war es, dass Andrea Berg in luftiger Höhe auf einem Drachenkopf singen sollte. Tu mir einen Gefallen, mach das heute ohne Jägermeister, ich habe Angst, dass du da oben stolperst oder runterfällst, habe er zu Berg gesagt. Und die hatte auf den Star gehört. Was dann geschah, ist bekannt. Und so hat Andrea Berg für sich Konsequenzen aus dem Unfall gezogen. Das erste, was ich gesagt habe, als ich runterkam, war, das seid ihr jetzt selber schuld, das werde ich nie mehr machen, ohne Jägermeister auf die Bühne zu gehen, berichtet sie in der in der Ertug Show. Tanz in 16 Metern Höhe Eine nachvollziehbare Entscheidung. Auch wenn ein Sturz aus 16 Metern Höhe wohl noch deutlich schwerere Verletzungen hätte hervorrufen können, als die Verbrennungen, die sich Andrea Berg schlussendlich zugezogen hat. Brandverletzungen aber scheinen sie Schlagerstars auszukennen. Wir erinnern uns, auch Helene Fischer hätte sich bei ihrer letzten Tour beinahe den Hintern verbrannt. In Stuttgart hatte sich der Megastar hingehockt, war dann kurze Zeit später erschrocken aufgesprungen. Scheinbar war der Scheinwerfer dann doch ein bisschen zu heiß geworden. Hier gibt es die ganze Geschichte.